Start Nr. 25, Ilias Berthold, SV Chopau Start Nr. 21, Leon Latikow, SV 1923, Bad Freienweide Start Nr. 26, Johannes Rumpfinger, SV Oberaudorf Start Nr. 23, Hannes Rumpfinger, SV Motor Zellamilis Start Nr. 54, Charlotte Starke, SV Chopau Start Nr. 58, Marlene König, WSC Oberunterschönau Start Nr. 53, Anja Horst, SV 1923, Bad Freienweide Start Nr. 56, Taira Pausa, SC Degenfeld Start Nr. 57, Julia Albert, TSG Rula, WSC 07 Start Nr. 67, Sarah Däufe, SV Messstetten Start Nr. 59, Charlotte Stadler, VfL Pfollingen Start Nr. 64, Jana Berthold, SV Show nach Rohrhardberg Start Nr. 66, Finja Masano, SV Bayer Sport Start Nr. 68, Svea in Hofmeyer, SC Hinterzappel Start Nr. 98, Bruno Quasdorf, SV 1923, Bad Freienweide Start Nr. 95, Niklas Krenner, SC Oberstdorf Start Nr. 94, Max Rothelme, SC Steinbach-Hallenberg Start Nr. 99, Tom Weiß, VfL Pfollingen Start Nr. 96, Niklas Merker, WSV Gründer Stand Nr. 100, Timonheim, SC Metzenschwand Ja, liebe Gäste, jetzt gleich hier der Inliner-Lauf. Jetzt sind wir gleich hier auf dem Zeitplan. 2 Minuten noch, bis zum Start, runter. 1. Start da. Start Nr. 1. Kommt alles. SC Rotoratze. Wer ist, und er geht auf die Strecke. Der ist gescheitert. Und direkt. Und er geht auch auf die Strecke. Der ist gescheitert. Und die ist gefolgt. Bitte. Start Nummer 9 direkt dahinter. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Rommel Rennes. Kannst du noch mal reinzukommen? 2. 2. Rommel Rennes. Achtung, Achtung, Achtung. Die sind bereit. 13, 3, 2, 1. Ohne, 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 ohne! Ach, wir. 27 und 28. Dort haben wir. Mit der Startnummer 29. Ich bin Johanna. Wir gehen vorbei, jetzt. Los geht's und auf geht's! Und jetzt startet. Und wir halten uns. Mit einer Sicht. Auf geht's! Mit einer Minute 28. Mit einer Minute 28. Ich bin Schenke. Mit der Startnummer 50. 2, 3, 4, 4. Wir sind der Führer. Mit der Startnummer 58. Kaffee. Kaffee. Ich sag immer. Kuckee. 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 ... ist anstrahlen. Elbershausen hat hier ... ... mit der 5.6 ... ... mit der 6.1 ... ... und die 9.4 ... ... mit der 6.6 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 ... Die erste Starterin ist ... ... Emma Mundenast ... ... vom SC Willingen. Sie startet für das gemischte Team ... ... vom Hessischen Schieferband ... ... vom Landischen Schieferband Hannuburg ... ... und vom Schieferband Sachsen-Anhalt. Anja Rost ... Sie startet für den BSV ... ... Bas-Freien-Walde. Sie startet für das gemischte Team ... ... vom HSV ... ... vom Landischen Schieferband Hannuburg ... ... und vom ... Die dritte Gruppe startet mit ... ... Magdalena Pux. Sie startet für den SSV ... ... Rothenburg. Und sie ist im gemischten Team ... ... vom HSV ... ... vom Landischen Schieferband Hannuburg ... ... und vom Schieferband Sachsen-Anhalt. Mit der Start Nr. 8 steht oben ... ... Giovanna Lange ... ... vom SK Berchtesgaden. Sie startet für das Team ... ... Franziska Frohwiese. Franziska Frohwiese startet für den BSV ... ... Breit im Winkel ... ... und ist im Team ... ... vom Bayerischen Schieferband. Mit der Start Nr. 8 sehen wir ... ... Annika Buchner ... ... für den BSV Breit im Winkel. Sie ist für den Bayerischen Schieferband ... ... am Start. Mit der Start Nr. 6 steht oben ... ... Nova Gunis ... ... für den BSV Brüner. Sie startet für das Team ... ... Skiverband Sachsen-Anhalt. Janina Ballreuter. Sie startet für ihren Verein ... ... SV Fortuna-Pöler. Das ist mit der Start Nr. 6. Charlotte Starke. Sie startet für den SV Chopper ... ... und ist für die erste Mannschaft ... ... vom Skiverband Sachsen am Start. Sie zogen gegen die Keller. Sie startet für den FC Motor ... ... Zemorenes. Jetzt die Start Nr. 9. Julia Albert. Sie startet für den TSG Ula BSC 07 ... ... und ist im ersten Team ... ... für den Thüringischen Schieferband Halene König. Sie startet für den BSC Ober-Utta-Schönau. Das ist die erste Mannschaft ... ... vom Thüringischen Schieferband. Mit der Start Nr. 12 sitzt oben ... ... Leon Latenkopf. Er startet für den BSV 1923 ... ... Bad Freienwalde. Er startet für das gemischte Team ... ... vom TSV und vom Landesschieferband ... ... Brandenburg. Mit der Start Nr. 12. Bruno Korsdorf. Er startet für den BSV ... ... Bad Freienwalde ... ... und diesem gemischten Team ... ... vom Landesschieferband Brandenburg ... ... und vom Thüringischen Schieferband. Mit der Start Nr. 12. Matti Renner. Er startet für den BSV Klein-Schmalkalden. Er ist im gemischten Team ... ... vom Landesschieferband Brandenburg ... ... und vom TSV. Mit der Start Nr. 12. ... Janik Käseling. Er startet für den TSV Runder. Und ist für das gemischte Team ... ... vom TSV und vom Landesschieferband ... ... Brandenburg am Start. Johannes Rumpfinger. Für den BSV Oberaulaufstabend. Er startet für das erste Team ... ... des Badenburgischen Schieferband. Mit der Start Nr. 24. Für das Team BSV 1. ... sehen wir Pinn Weigel. Er startet für seinen Verein ... ... Arek Streil. Er startet für den SC Baden-Kirchen ... ... und ist für die erste Mannschaft ... ... des Bayerischen Schieferbands am Start. Mit der Start Nr. 24. Niklas Kringer. Er startet für den SC Obersdorf ... ... und ist für die erste Mannschaft ... ... des Bayerischen Schieferbands am Start. Mit der Start Nr. 23. Mick Lippmann. Er startet für den SSV Bayern. Das ist die erste Mannschaft ... ... vom Schieferband Sachsen. Mit der Start Nr. 23. Till Thunser. Er startet für den SSV Geier ... ... und ist in der ersten Mannschaft ... ... für das erste Team ... ... des Schieferbands Sachsen ... ... ist Elias Schulter am Start. Er kriegt die Nr. 23 ... ... und startet für den VSC Klingenthal. Start Nr. 23. Niklas Merke. Er startet für den BSV Grüner ... ... und ist in die erste Mannschaft ... ... des Schieferbands Sachsen am Start. Start Nr. 25. Maxi Müller. Vom SCD gefällt. Er startet für die Skiverbände ... ... Baden-Württemberg Team 1. Start Nr. 25. Erik Förschler. Er startet für das erste Team ... ... aus Baden-Württemberg. Tom Weiss. Er startet für den VfL Fullingen ... ... und ist für die erste Mannschaft ... ... der Skiverbände Baden-Württemberg am Start. Start Nr. 25. Timon Heim. Er startet für den SC Menschenschwand ... ... und ist für die erste Mannschaft ... ... der Skiverbände Baden-Württemberg am Start. Start Nr. 104. Iona Schwander. Sie startet für den SC Königsbrunnen. Eswea Linn-Hofmeier. Sie startet für den SC Hinterzahl. Start Nr. 109. ... von Fenja Nazano ... ... von S.V.O. Bayer School.